Schön, dass Sie alle heute hier so zahlreich gekommen sind. Heute heißt es ja Entgiftung, Hand in Hand mit dem Körper. Und wer mich kennt, weiß, dass es garantiert nicht die ultimative Entgiftungskur heute gibt, sondern ich habe viel mehr Lust, Ursachen zu suchen und Ursachen zu entdecken und dort zu gucken, was wir da tun können. Und natürlich auch die Ursache aller Suchursachen, wo wir einfach nur den Schalter umdrehen müssen und unser Leben ändert sich einfach so. Ohne Kampf und ohne Krieg. Mein Name ist Gudrun Dara Müller. Ich lebe die Mischung aus Diplom-Mathematikerin, Softwareentwicklerin, Heilerin, spirituelle Lehrerin und Heilpraktikerin. Und ich habe meine Praxis Selbstheilungsberatung genannt, damit wir uns immer wieder daran erinnern, dass wirkliche Heilung nie durch einen Arzt oder Heilpraktiker kommt, sondern immer nur durch die Übernahme der Selbstverantwortung für unser Leben. Und dabei unterstütze ich. Bei meinem letzten Vortrag, So funktioniert Selbstheilung, habe ich erzählt, dass unser gesamtes multidimensionales System aus Körper, Geist und Seele bereits ganz, heil und im Gleichgewicht ist. Und dass halt unsere Aufgabe auf der Erde ist, dies immer wieder wahrzunehmen. Und unser Körper zeigt mit seinen Symptomen nur, was er auf anderen Ebenen aus dem Gleichgewicht bekommen ist. Dort auf diese anderen Ebenen schauen wir dann heute. Und unser Körper hat ein hervorragendes Entgiftungssystem. Ganz viele Organe spielen dort mit. Und wir wollen heute mal schauen, was sie so aus dem Gleichgewicht bringt und wie wir sie gut unterstützen können. Ich finde es sehr spannend, dass unser deutsches Wort für Gift im Englischen übersetzt Geschenk heißt. Dieses Geschenk wollen wir heute zusammen ausgehen. Unser gesamtes Leben besteht aus Beziehungen. Ein Mensch erfährt sich über diese Beziehungen und legt darüber fest, wie das Leben für ihn sein soll. Deshalb sind die frühkindlichen Beziehungen wichtig für unsere Entwicklung. Da unsere Eltern aber halt auch nur Menschen sind, mit ihren Fehlern und Macken, und das Leben natürlich auch nicht immer rosig ist, machen wir Erfahrungen, die unser Leben und unsere Zukunft negativ beeinflussen und die Ursache für unsere Giftspeicherung sind. Schauen wir uns es im Einzelnen an. Ein Hauptorgan für unsere Ausscheidung sind die Nieren. In den Nierenkörperchen wird bei der Bildung des Primärhahns alles ausgeschieden, was kleiner ist als ein Blutkörperchen. Das heißt, wenn der Blutdruck einigermaßen normal ist, dann kann in der ersten Stufe in der Niere bezüglich Giftausscheidung eigentlich nicht viel schief gehen. Aus den 1000 Liter Blut, die pro Tag durch die Niere gehen, werden 100 Liter Primärhahn gebildet. Davon landen aber nur 1 bis 1,5 Liter in der Toilette. Das heißt, die Niere holt in einem zweiten Schritt alles das wieder zurück, was sie meint, dass der Körper doch noch braucht. Das heißt, wenn die Niere nicht genug entgiftet, dann liegt es nicht an einer Unterfunktion, sondern an einer Überfunktion der Rückresorption. Das heißt, die Nieren-Sammelrohre, die für diese Rückresorption zuständig sind, machen Sonderschichten. Von daher, wenn wir uns die Ursache dort nach dem Modell der fünf biologischen Naturgesetze anschauen, dann ist der Auslöser dafür eine Situation, in der wir uns Mutterseelen allein fühlen. Abgeschnitten von unserer Heimat auf der Flucht. Es reagiert dort ein uraltes, acharisches Programm, das wir schon von den Fischen her kennen. Wenn ein Fisch auf dem Trockenen liegt, dann hält der Körper des Fisches das Wasser möglichst lange zurück und wartet auf die rettende Welle, die es wieder in seine Heimat, in sein Element bringt. Und genau so funktioniert es in unserem Körper noch heute und das zuständige Organ dafür ist die Niere und dort ganz besonders die Nieren-Sammelrohre. Das heißt, die erste Frage zur Entgiftung, wenn es so scheint, als wenn die Niere die Ursache ist, ist, wo fühlst du dich alleingelassen? Und was brauchst du, um wieder in deine Geborgenheit zu kommen? Und das ist für jeden was anderes. Also es gibt da nicht Schema F, so nach dem Motto, die Menschen sind einzigartig, und die spannende Frage ist halt, was hat aus dieser Geborgenheit uns herausgetrieben und was brauchen wir, um darauf wieder hinzukommen? Und deshalb wird halt auch oft gesagt, dass die Nieren etwas mit unseren Ahnen zu tun haben. Aus der Erfahrung heraus, dass dieses Eingebundensein in eine Gemeinschaft für die Niere heilsam ist. Das heißt, eine gute Beziehung zu den Eltern ist da schon sehr hilfreich. Aber diese Wahrnehmung, das mit den Ahnen trifft vor allem auf Frauen zu. Frauen sind von ihrem normalen Setting mit mehr Östrogen eher gemeinschaftsbezogen. Es gibt auch einige Männer, aber so die typische Frau ist ja eher gemeinschaftsbezogen und für die trifft das ganz besonders zu. Vor allem bei Männern ist nach schweren Krankheitsdiagnosen zu beobachten, dass die Nierensammelrohre auch dann konfliktaktiv sind, wenn die Frau und die Familie hinter ihnen stehen und ihnen Geborgenheit geben. Dort ist aber zu beobachten, dass die Instanz, die für das Leben unserer Träume auf der Erde zuständig ist, ich nenne es unsere Seele, sich durch die Krankheit nicht mehr geborgen und zu Hause in unserem Körper fühlt. Das heißt, dort ist es das Geborgenheitsgefühl für die Seele, was aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Dort ist das, warum vor allen Dingen Gemeinschaft hilfreich ist, aber auch halt Begleitung zur Gesundheit. Wenn jemand sich sicher ist, ja, es kommt wieder, es geht wieder raus und nicht in so ein Loch hineingeschubst wird, so unheilbare Krankheit, geht sowieso nicht mehr chronisch und jetzt sind die Träume, dürfen alle gestrichen werden und nichts geht mehr. Und wir können die Niere natürlich auch stofflich unterstützen, wenn wir es halt nicht so schnell schaffen, unser Grundthema zu lösen. Und da wir hier halt im biochemischen Verein sind, werden Sie es natürlich sofort wissen, welches Mittel Sie sozusagen für die Unterstützung der Niere nehmen würden, wenn sozusagen der Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht ist. Also es gibt sozusagen so ein typisches Mittel, wenn der Wasserhaushalt aus dem Gleichgewicht ist, egal ob es zu feucht oder zu trocken ist, ja, die Nummer 8, also Natriumchloratum. Aber auch Tees, wie zum Beispiel Birkenblätter, Brennnesset oder grüner Afer oder halt ätherische Öle, keine Ahnung, man kann ganz, es gibt ganz viel in allen Bereichen, womit man die Niere unterstützen kann. Muss mal gucken, was für den einzelnen Menschen passt und was er gerne möchte. Eine zweite Art von Flüssigkeitsschatbau entsteht dadurch, dass es dem Körper nicht möglich ist, die vorhandenen Schlacken abzubauen, sodass er sie in Flüssigkeit, in Lösung hält, wobei wir in der Biochemie natürlich an die Nummer 10, an Natrium-Sulfuricum denken. Dabei müssen wir aber unterscheiden, ob es sich um eine lokale Schwellung handelt, die etwas halt mit dem geschwollenen Gewebe zu tun hat, wo wir nach dem Modell der fünf biologischen Naturgesetze nach der Ursache schauen können und der systemischen Schwellung, die etwas mit der Entschlackung und Entgiftung allgemein zu tun hat. Wenn die Schwellung an einer Stelle ganz besonders groß ist, verbunden mit Schmerz und Entzündung, dann ist die Ursache an dieser Stelle zu suchen. Verbunden bei großer Schwellung mit dem konfliktaktiven Programm der Nieren-Sammelrohre, was wir ja eben schon hatten, was zu einer verstärkten Schwellung aller Prozesse führt. Und dort, wenn wir solche Schwellungen haben, können die verschiedenen Entgiftungsprogramme eine Linderung der Symptome bringen. Aber die Entgiftungsprogramme sind eine Notfallbehandlung, die nichts über irgendwelche Ursachen auswirkt. sondern nur den Körper möglichst gut in der Regeneration unterstützen sollte. Wenn wir so die typischen Entgiftungsprogramme haben, in diesen Theorien und Modellen müssen immer wieder Entgiftungsküren durchgeführt werden. Was schon zeigt, es ist nicht stabil, es ist nichts, was die Ursache behebt. Sondern es ist ein Notfallprogramm und dafür ist es herrlich. Weil, wenn wir sozusagen Schwellungen und Entzündungen haben, es fühlt sich nicht gut an. Das möchte keiner haben. Und umso besser so ein Programm zu den persönlichen Wünschen passt, umso effektiver ist es. Wichtig ist dabei, dass der Körper mit den Mineralstoffen und Vitalstoffen versorgt wird, die er zum Abbau der Schlacken braucht. Ich habe da für mich zwei Favoriten. Die erste ist die Biochemie nach Dr. Schüssler. Das Gute daran, diese schüsslichen Mineralsalze sorgen dafür, dass die Mineralstoffe in die Zelle gelangen. Ich stelle es mir immer so vor, wir haben ja so das Nummer 8, das ist ja Natriumchloratum. Jeder denkt an sein Kochsalz. Ein Löffel Kochsalz ist für die kleine Zelle so, als wenn eine Wagenladung voll Sand auf uns ausgeschüttet wird. Und die Zelle macht dann nicht. Das heißt, dort ist sozusagen ein kleines Nummer 8 Natriumchloratum hilfreich, dass er so leise kitzelt und sagt, guck mal, das schmeckt doch bestimmt gut. Und macht die Türen auf, dass das Kochsalz auch hineinkommt. Weiterhin ist es halt hervorragend, die Mineralstoffe sind für jeden bezahlbar. Einfach zu bekommen. Halten lange, halten lange, genau. Und man kann nicht viel falsch machen. Und dort gibt es halt die verschiedenen Varianten, die man da nehmen kann. Die einzelnen komme ich nachher noch. Also die typischen Salze für eine Entgiftung sind halt Nummer 10, Nummer 8, Nummer 9 und 11. Kommst in Herbst und nachher Nummer 1 hören. Und natürlich die Entzündungssalze Nummer 4, Nummer 3, Nummer 6. Aber auch halt bei den Ergänzungssalzen gibt es viele, die dort zum Einsatz kommen. Ich mache es dann am ehesten, dass ich dann mein Ski-O-Gerät anschaue und gucke, wo in welchen Mineralstoffen Blockaden sind, die dann halt entsprechend Selen, so Pupfer oder Zink oder entsprechend dazu gebe. Aber die einzelnen kommen wir nachher nochmal dazu. Wenn die Schüsseler schon Mineralsalze genutzt werden, muss beachtet werden, dass diese halt nur Funktionsmittel sind und keine Betriebsstoffe. Das heißt, wenn diese Betriebsstoffe nicht über eine ausgewogene Ernährung zugefügt werden, helfen auch die Schüsselersalze nicht. Das heißt, dieser Mangel an den notwendigen Mineralstoffen und Vitalstoffen ist in meinen Augen das einzige Problem an Weißmehl, weißem Zucker und Fertignahrung. Wenn man Spaß hat an weißem Mehl und seinen Mineralstoffen anders dazu nimmt, kann man ja auch probieren. Mein zweiter Favorit sind natürlich die ätherischen Öle und die Nahrungsergänzungen von Young Living. Da diese halt sowohl die Mineralstoffe und die Vitalstoffe dem Körper zuführen, als auch diese über die ätherischen Öle effektiv in die Zelle bringen. dazu kann ich dann am Ende wenn jemand so wegen den Produkten ich habe sozusagen ein paar Mitfühler die ich so in die Bahn noch mitgekriegt habe so mal zum Gucken aber das ist dann eher was, was nicht so passend im Vortrag ist. Da kann man dann eher so gucken da macht man eher mal einen Vortrag wenn es jemanden interessiert. Und es gibt einen ganz wichtigen Grund warum ich in meiner Praxis ganz besonders solche Produkte empfehle bei denen Sie nicht viel falsch machen können. Denn es gibt eine ganz einfache Regel. Sie haben nur dann die Chance auf richtige und vollständige Gesundheit wenn Sie fühlen können was Ihnen gut tut und was nicht. Natürlich könnte ich Ihnen sagen halt nehmen Sie drei Tabletten davon und von dem Schüsselersalz und zwei Tabletten davon und ich kann es natürlich auch austesten wenn ich Spaß daran habe aber ich mache es bewusst nicht. Weil es im Endergebnis sehr viel effektiver ist wenn ich Ihnen nur eine allgemeine Richtung gebe und sage probieren Sie es aus wenn der Körper das Mineralsalz will wird es sehr schnell im Mund zergehen wenn er genug davon hat dann wird es sich ewig im Mund rumtreiben oder Sie merken ein Unwillen wenn Sie es nehmen wollen Sie haben sozusagen die ganz kleinen Perlen ich habe die von Pflüger die Mineralsalz und da sind ja so größere Milchsalztabletten und wenn die sich ewig im Mund rumtreiben weiß ich der Körper braucht heute in diesem Moment jetzt gerade diesen Stoff nicht es ist ein anderer der viel dringender ist wo ich da noch gucken kann und genauso ist es halt auch bei den ätherischen Ölen ausprobieren welches genau für Sie und für Ihre ganz konkrete Situation hilfreich ist denn jeder ist einzigartig ich sage immer die Schmerzen die wir haben sind ja meist immer dieselben es ist ja nicht so dass wir immer wieder neue Themen hätten sondern wir haben unsere Grundthemen was immer weh tut und wenn wir uns dort einen Notfallpack machen und sagen okay wenn es dort weh tut weiß ich das und das und das wirkt und das habe ich mir aufgeschrieben weil wenn es weh tut funktioniert der Verstand ja nicht mehr dann hat man was an der Hand um durch die Phasen durchzugehen denn es dauert manchmal etwas Zeit bis man die Grundursache gefunden hat und gelöst hat und manchmal darf man diese Phasen mehrfach machen und erst recht darf man sie mehrfach machen wenn man nicht handlungsfähig ist in diesen Regenerationsphasen also die Handlungsfähigkeit in den Regenerationsphasen ist der erste Schritt damit man an die Grundursache rankommt neben Mineralstoffen braucht unser Körper also unsere Zellen einen ganz wichtigen anderen Stoff Sauerstoff jede Zelle braucht zur Energiegewinnung Sauerstoff und bei diesem Verbrennungsprozess wird Kohlendioxid gebildet der halt auch wieder ausgeschieden werden muss und das Organ was hauptsächlich für den Abtransport und die Ausscheidung von Kohlendioxid zuständig ist ist unsere Lunge haben Sie eine Idee was Ihre Lunge belastet und den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid in der Lunge behindert? zu wenig zu flaches Atmen ja aber warum atmen Sie zu flach? weil ich faul bin Sie atmen nicht Ihr Körper ist nicht faul Ihr Körper ist in jeder Minute dabei ihr Überleben zu sichern das heißt er atmet garantiert nicht flach weil er möchte dass Sie sozusagen innerlich vergiften die Umwelt alles rauchen aber warum ist die Umwelt das Problem? die andere ist ja ein das ist ein aber das machen ja alle vielleicht das eigene Gefühl ein Recht auf Leben zu haben oder den Raum zu nehmen es gibt es Angst unten wenn die Lunge sozusagen sich zusammenkrampft ist Angst ob es eine Todesangst ist Revierangst Schreckangst es sind ganz viele verschiedene Angstgefühle die natürlich in verschiedenen Weise auf die Lunge wirken und verschiedene Symptome nachher auch machen können aber wenn Sie mal in Angstmomenten in sich hineinfühlen merken Sie dort wird die Atmung flach das heißt immer wenn die Angstschalter in unserem Gehirn irgendwo an sind wird automatisch die Atmung flach weil wir müssen jetzt sozusagen ganz still sein damit wir nicht bemerkt werden und dann dürfen wir nicht tief atmen weil wenn wir tief ein- und ausatmen dann sind wir hörbar und sehbar und wenn wir den Atmen gar nicht flach machen dann sieht uns keiner mehr dann werden wir unsichtbar und jetzt mich auch nicht mehr zu sehen genau und da helfen dann halt auch keine Entgiftungskuren oder Kampfexzesse gegen den Körper da hilft nur hinschauen und Schritt für Schritt einen Weg aus der Angst in den Frieden gehen und deshalb führen auch alle Krankheitsdiagnosen die ihnen Angst machen Schritt für Schritt in eine immer stärkere Vergiftung des Körpers weil die Lunge kann dann nicht mehr so gut atmen und erst recht wenn man so Krebsdiagnosen hat da ist Todesangst drin und Todesangst führt dazu dass die Lunge in Überfunktion geht und mehr arbeitet als nötig tut um uns dann überlegen zu halten wenn halt die Angst die Kohlendioxidabgabe der Lunge blockiert und die Nierensammelrohre dann auch noch durch die mangelnde Geborgenheit und die Unzufriedenheit mit dem Körper die Ausscheidung der Säure verhindert muss der Körper andere Ausscheidungswege finden damit das Kohlendioxid einen Ausweg aus dem Körper findet Kohlendioxid wird ja übers Blut transportiert als Kohlensäure und bevor wir sozusagen den Blut weiter verfolgen schauen wir uns doch an welche Säuren sonst noch so im Körper gebildet werden die zu der viel beschriebenen Übersäuerung beitragen dort gibt es noch die Milchsäure als Ergebnis der Muskeltätigkeit kennen sie es auch dass ihr Kopf sagt sie müssen sich bewegen und Sport machen aber ihr Körper sagt Marsch aufs Sofa und entspannen hören sie auf ihren Körper denn dieser möchte ihnen mitteilen bitte nicht noch mehr Säure produzieren ich komme mit der Ausscheidung nicht hinterher von daher unser Körper sorgt für unser Überleben bloß unser Kopf der meint was irgendwelche Gesundheitstheorien behaupten ist richtig mag ja sein ist immer gut auf die Ursache zu gucken warum macht dein Körper das? und wenn wir ihm dann helfen bei der Ausscheidung dann kommt wahrscheinlich auch die Lust auf Bewegung wieder lassen Sie uns deshalb etwas tiefer in die Zelle tauchen und schauen wo die Milchsäure herkommt finden sie eigentlich Bakterien gut? ich liebe sie über alles denn ich weiß dass mein Körper nur eine riesige Gemeinschaft von Bakterien ist die in Symbiose leben wie in einem Korallenriff stellen sie sich vor die Antibiotika würden wirklich effizient funktionieren und alle Bakterien töten das würde von ihnen das würde von ihnen gewählt werden ein bisschen Asche ein bisschen Asche und durch ihre hervorragende Resistenzbildung schützen sie unseren Körper vor den wilden Kampfideen unseres Kopfes nach der Zellsymbiosis Theorie ist jede unserer Zellen eine Symbiose aus zwei verschiedenen Bakterien ein Bakterium was aus Sauerstoff Energie gewinnt und als Abfall nachher dann Kohlendioxid produziert wie wir es vorhin schon angeschaut haben aber auch aus einem Bakterium was ohne Sauerstoff leben kann die Verbrennung von Sauerstoff findet in den Mitteronen drin statt den Kraftwerken unserer Zelle und wenn diese halt immer weiter ihre Arbeit einstellen weil benötigte Rohstoffe zum Beispiel fehlen dann schaltet die Zelle ihren Stoffwechsel um das heißt das Bakterium das ohne Sauerstoff leben kann übernimmt die Energieerzeugung im Zellplasma wird dann aus Blutzucker Energie gewonnen und dabei entsteht Milchsäure wenn wir jetzt übermäßig Sport machen ist es klar dass dieser Mangel entsteht da die Versorgung der Zellen auf diesen plötzlichen Anstieg nicht vorbereitet ist deshalb ist es dort sinnvoller die Belastung langsam und schrittweise zu steigern damit sich das Körpersystem langsam anpassen und Depots anlegen kann die dann leicht zur Verfügung gestellt werden können wenn sie sich jetzt nach zehn Jahre bloß Settelsitzen auf einmal bewegen und meinen sie müssten jetzt den Marathon mitlaufen findet der Körper das gerade nicht so lustig es gibt dabei natürlich auch den Fall dass zum Beispiel einzelne Körperteile wie das Knie, die Hüfte oder die Hand dieses Programm was wir bei Muskelkater haben völlig ohne übermäßige Bewegung machen die Medizin nennt das dann Arthritis oder Arthrose das heißt das tut weh die Muskelkater aber ich habe nichts gemacht glaub mir dort versucht unser Körper nach dem Modell der fünf biologischen Naturgesetze die Stabilität krampfhaft aufrecht zu erhalten es kommt dort zu einem massiven Energiebedarf um diese Anspannung aufrecht zu erhalten und sowohl Sauerstoff als auch Blutzucker kommen dann nicht mehr so zu den Zellen so dass sie nicht mehr so versorgt werden und deshalb sieht es so aus als immer Knochen und Muskeln abbauen und dann werden alt das gilt für die Haltemuskulatur genauso wie für die Herzmuskulatur so dass damit der Teufelskreis des Abbaus der Herzleistung durch Angst vor Symptomen beim Herzen klar wird das heißt wir vertrauen unseren Muskeln nicht wir glauben nicht dass er es schafft und er baut sich immer 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 weiter ab weil innen drin der Körper sagt ich halte dich auch wenn du nicht glaubst dass das funktioniert ich halte dich und er kommt nicht so sehr gegen den Kopf an im Modell der fünf biologischen Naturgesetze nennt sich das immer Selbstwerteinbruch die Selbstwerteinbrüche kann ich halt wenn ich nach den Mineralstoffen im Skio gucke da zeigt er mir dann meist eine Blockade durch Bohrmangel an außerdem ist Kalzium sehr reaktiv weshalb dort natürlich auch die Schüsselersalze 2 und 1 angezeigt sind es gibt einen hervorragenden Bohrlieferant der sich denjenigen die einen Garten haben richtig aufdrängelt das ist der Giersch der gekommen ist um uns etwas von seiner Lebenskraft zu schenken haben sie auch einen Garten und kennen sie auch das Phänomen dass immer die Wildkräuter zu uns kommen die wir brauchen es ist faszinierend dadurch habe ich genug Giersch die werden dies ja weniger merkwürdigerweise gehen also es ist genug Bohren im Boden und der Giersch holt sich den ob der nun im Boden ist Giersch oder ob er ihn künstlich erzeugt oder wo er den herholt aus dem Universum ist eigentlich recht egal auf jeden Fall ist Giersch ein hervorragender Bohrlieferant und von daher man kann sie über ihn ärgern oder man kann sie nutzen wenn wir an die Sauerstoffversorgung der Zellen denken fällt uns beim Schüsselersalzen natürlich auch noch das Salz Nummer 6 ein Kalium sulforicum in der Biochemie wissen wir dass das mit einer inneren Anspannung zusammenhängt es entsteht dort eine innere Unruhe die halt kaum noch als Unruhe empfunden wird es ist das ruhelose unentwegte Beobachten der Außenwelt also der Mensch ist ständig auf der Lauer die Unruhe besteht vor allem auch darin dass das Verweilen beziehungsweise die Entspannung als mögliche Verhaltensweise völlig ausgeschlossen ist das heißt mit 100.000 Fühlern sind wir mit unserer Außenwelt verbunden und schauen dass ja nichts dramatisches was passiert in der Natur kennen wir dieses Verhalten wir können es bei Katzen beobachten wenn sie in einer Vorkampfsituation sich befinden und sich so gegenseitig besitzen sich so anknurren oder so Geräusche von sich geben und man denkt ja wann explodiert denn die Situation gleich das ist genau diese Situation denn in diesen Situationen wird ganz viel Blutzucker aus der Leber freigesetzt damit es zu Beginn des Kampfes allen Zellen zur Verfügung steht weil der Menschheit ewig in diesen Vorkampf Szenarien bleiben kann nennt der Arzt das dann Diabetes oft damit verbunden ist eine Blockade durch Chrommangel die ich halt deshalb gerne ins Geo prüfe dann ist das Schüsselnzeils Nummer 27 Kalium wie Chromikum angezeigt wenn wir sehen dass Chrom hauptsächlich in Fleisch vorkommt dann ist auch klar dass es diesen Menschen sehr schwer fällt auf Fleisch zu verzichten der Körper fordert es um den Mangel zu beheben wir haben vorhin im Vorgespräch auch gehört Mohn ist auch ein hervorragender Chromlieferant also Mohnkuchen essen Mohnkuchen nicht er holt den Chrom raus er holt Chrom raus man kann Chrom zu viel haben indem man rote Beete, roten Paprika und noch anders isst achso also von daher es gibt auch zu viel also von daher wenn man Appetit auf Mohn hat sollte man nicht Angst haben dass man dumm wird sondern sagen dann meint der Körper vielleicht wir haben zu viel Chrom drin und sollen ihn rausbringen es ist auch so wenn man genug Chrom rausgeholt dann schmeckt der Mohnkuchen nicht mehr ok dann sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Mohnkuchen essen mir schmeckt dann aber ich weiß nicht ob der Punkt jeweils kommt dass mit dem Mohnkuchen meine Mutter nicht mehr schmeckt es kommt drauf an wenn du kein Chrom raus dann isst du den nicht mehr ich hab's probiert also ich hab ein Jahr lang jeden Tag Mohnkuchen gegessen und jetzt weiß ich wenn wir noch Mohnkuchen aber nicht mehr sieben Tage die Woche sondern nur noch zwei Tage die Woche naja sagen wir so sieben Tage die Woche würde ich auch nicht machen dafür dass ich es sozusagen zweimal im Jahr kriege das heißt um die Säureproduktion zu stoppen ist es halt hilfreich alle Anspannungen loszulassen und bei Anspannung ist auf jeden Fall natürlich auch an das Kiefergelenk und an die Zähne zu denken viele vom Karies befallene Zähne deuten darauf hin dass der Mensch das Leben als Kampf wahrnimmt und glaubt sich immer wieder durchbeißen zu müssen das heißt der Mensch ist durch Phasen gegangen in denen er mühsam seine Handlungsfähigkeit auf dieser Erde unter Beweis stellen musste und das ist spannend zu sehen dass diese Menschen auch Probleme mit Quecksilberbelastung haben dabei denken wir natürlich zuerst alle an Amalgam ich habe aber einen Menschen kennengelernt der hatte nie in seinem Leben Amalgamplom ich wollte dass er heute hier ist hat es leider nicht geschafft aber er hat mit einer massiven Quecksilbervergiftung zu kämpfen und bei dem wurde nach dem Ziehen der Zähne so viel Quecksilber gefunden dass es sogar sichtbar war von daher kann es nicht wo wurde das gefunden? hier Oberkiefer sie haben sozusagen so ein Pulver gehabt und wie kommt das da hin? es hat sich dorthin gelagert das ist ja die spannende Frage warum lagert der Körper sich das hin es ist aber halt nur zu finden wenn man sozusagen Probleme teilweise mit den Zähnen dort hat dann ist auch irgendwas mit den Zähnen meist los wenn wir uns vergegenwärtigen dass wir halt alle Energie sind und unsere Energiewolke also unser Energiefeld nur von den Energien berührt werden kann mit denen es in Resonanz geht können wir uns natürlich fragen warum wir mit Quecksilber in Resonanz gehen und da die Menschen die glauben sich durchbeißen zu müssen unbewusst schwerer sein wollen also mehr auf der Erde sein wollen und drängt sich mir der Verdacht auf dass diese Schwere ihnen durch Schwermetalle wie Quecksilber geschenkt wird es gibt ja andere Schwermetalle auch ja klar aber egal welche Schwermetalle ich habe sozusagen wenn ich vom Energetischen her gucke das Gefühl sie helfen uns dass wir es schaffen auf die Erde zu kommen dass wir es schaffen auf der Erde zu bleiben wenn wir sozusagen vor Angst Ärger irgendwas sozusagen am liebsten flüchten wollen unser Körper hält uns durch die Schwermetalleinlagen auf der Erde das ist meine Wahrnehmung da kann man natürlich jeder sich seine Theorie bilden ich finde die gerade gut ich will mich dann für Gold entschneiden und da das Ventim des Zahns vom Großhirnmarktlager gesteuert wird finden wir dort halt auch das psychische Phänomen des Ganzen dass halt sehr viel gedacht wird wir müssen alles durchdenken also wir haben das typische Modell eines Verstandes Menschen dem halt das Fühlen schwerfällt und ich kenne dieses Gefühl sehr genau ich will ja alles gerne verstehen wir verstehen was die Welt zusammenhält und deshalb habe ich dieses Phänomen natürlich auch und kann Ihnen sagen es fühlt sich richtig gut an alles verstehen zu wollen es ist zwar ungesund weil es führt halt zur Vergiftung des Körpers aber es macht richtig Spaß und deshalb schauen wir mal wie wir unseren Körper unterstützen können damit er den Spaß auch noch lange mitmacht wenn ich den Verdacht auf eine Schwermetallvergiftung habe dann schaue ich ob ein Mangel an Selen angezeigt wird dann empfehle ich gerne Schüsselerseits Nummer 26 Selenöl und die Nutzung von Kokosöl in der Küche damit Selen halt auch auf der Makroebene zugeführt wird wer Interesse an einem guten Kokosöl hat ich habe da so eine gute Adresse man kann eine richtige Kokosnuss nehmen man kann eine richtige Kokosnuss nehmen man kann aber auch Kokosflocken nehmen dann hat man sozusagen aber das Kokosöl ist auch dann gut nutzbar wenn man eine Abneigung gegen Kokosflocken hat wobei man natürlich spekulieren kann woher die Abneigung gegen Kokosflocken kommt was will der Körper uns damit sagen wollen wir die Schwermetalle vielleicht nicht wirklich loswerden wollen wir weiter schwer bleiben da habe ich noch mal ganz kurz in der letzten Apothekerzeitschrift stand aber Kokosöl ist ganz ungesund das darf man selbst für sich ausprobieren also von daher aber wenn es geht kann man sagen was soll reinschreiben wenn das gar nicht stimmt doch die Apothekerzeitschrift die wollen ja nur ihre Medikamente verkaufen deswegen trotzdem sie hört mit zu den zur Lügenfrist das kann man so sehen aber es gibt immer sozusagen Vorteile nach ich hätte mir nämlich gerade was gekauft dann denke ich jetzt stinkt einfach probieren Kokosfett ist total verkehrt Kokosfett ist eines der gesundesten Fette überhaupt vor allen Dingen auch zum Brat für viele verschiedene Sachen für viele verschiedene Sachen und hoher Cholesterinspiegel ist auch nicht schneller Sie meinen das alles hoch? Alzheimer kann man damit auch gängig machen Bitte? Alzheimer kann man damit auch gängig machen mit Kokosöl ja klar also es hat zu Alzheimer kommen wir nach der Seite aber es hat sozusagen da ist Selen drin und Selen sorgt halt dafür dass Gifte gebunden werden und dass Gifte halt ausgeschieden werden können und natürlich kann es Nebenwirkungen haben das Problem ist da kommen wir nachher gleich noch dazu was passiert nämlich wenn unser Körper Gifte ausscheidet wenn der Körper genau wir hatten halt Selen erstmal genau das Selen wird im Körper halt an Quecksilber gebunden damit es besser ausgeschieden werden kann es unterstützt damit halt unsere größte Entgiftungsfabrik unseres Körpers die Leber das heißt Kokosöl ist ein guter Unterstützer für die Leber wenn der Körper die Gifte nicht ausscheiden kann baut er Depots in den Geweben zum Beispiel das ist halt einer der Punkte die ich beim Skio-Status halt immer auch messe und wo ich halt dann auch eine sanfte Lösung der Gifte mit initiieren kann aber wir können natürlich auch die Biochemie nutzen und bei der Lösung von Giften aus den Depots ist in der Biochemie an Nummer 24 Arsenum Diodatum zu denken damit die Gifte dann ausgeschieden werden sollte auch noch an Zink gedacht werden also an die Nummer 21 Zink und Chloratum dies verdrängt die Schwermetalle aus dem Organismus es wird außerdem zum Abbau von Alkohol ein von einigen vielgeliebten Genussgift natürlich benötigt ich achte dabei natürlich auch noch auf Kupfermangel und empfehle dann gerne halt Nummer 19 Cuprum Arsenicosum und dort ist spannend dass in der Biochemie behauptet wird dass Multiple Sklerose immer mit einer Schwerbetalvergiftung in Verbindung steht das heißt das was wir oben bei den Zehen festgestellt haben wahrscheinlich ist es bei jedem Muskel bei jedem wenn man sozusagen Selbstwertprobleme hat also bei allen Teilen die halt von groß und Marklage bestäuert werden Multiple Sklerose sind ganz viele Selbstwertthemen die da drin hängen bei Parkinson wird in der Biochemie von einer Aluminium und Bleibelastung gesprochen auch bei halt Alzheimer und Demenz wird von einer erhöhten Aluminiumbelastung gesprochen und das kann man zum Beispiel mit Nummer 20 Kalium, Aluminium, Sulphoricum günstig beeinflussen für die Unterstützung bei der Ausscheidung von halt Ammoniak kann auch noch Nummer 17 Manganum Sulphoricum genommen werden also in den Schlüsselersalten gibt es ganz viele die uns halt bei der Entgiftung unterstützen und halt die Leber hat unser größtes Entgiftungsorgan ein bisschen unter die Arme greifen können und unsere Leber hat eine atemberaubende Regenerationsfähigkeit Schauen wir also wie wir dieses Organ noch weiter unterstützen können und warum unsere Leber immer mal muckert die Leber muckert übrigens nicht die Leber ist ein Organ das ist sozusagen nicht schmerzempfindlich und der Schmerz der Leber ist Müdigkeit das heißt wenn wir ganz viel mit Müdigkeit zu tun haben können wir denken ah unsere Leber schmerzt nach dem Modell der 5 biologischen Naturgesetze reagiert unsere Leber konfliktaktiv wenn unser Körper glaubt zu verhungern wir kennen es von der Gazelle die halt in der Steppe immer mal mit Dürrezeiten zu tun hat und wenn halt Dürre ist holt unsere Leber aus jedem Grashalm alles heraus was irgend möglich ist wenn wir das halt auf den Menschen übertragen der in unserer Gesellschaft des Überflusses es mit Diäten FDH also frisst die Hälfte oder Ähnlichem versucht ist klar dass unser Gehirn dort den Dürreschalter einschaltet und sagt ich kriege nur noch die Hälfte der Nahrung jetzt ist Dürrezeit angebrochen das heißt unsere Leber holt dann aus der Hälfte doppelt so viel heraus als hätte man ganz gegessen wenn Ihnen also jemand erzählt dass er eine Fettleber hat dann fragen Sie ihn einfach mal wie viele Diäten er denn schon so gemacht hat und ich kann Ihnen versichern Sie werden eine hohe Trefferquote haben und wenn Sie mit diesem nicht erfolgreich sind dann fragen Sie ihn ob sein Arbeitgeber Ihnen gut bezahlt und wenn Sie dann noch erfahren dass ihm gekündigt wurde dann ist es halt noch klarer da der Mensch glaubt er benötigt Geld zum Überleben schaltet er sozusagen für das Geld seinen Dürreschalter im Übrigen ein können Sie sich vorstellen was die Leber macht wenn halt lange Dürrezeit war und der Mensch wieder in seinen Frieden kommt und nach lange Zeit dieser Dürreschalter ausgeschaltet wird dann geht unsere Leber in ihren wohlverdienten Regenerationsurlaub der Arzt nimmt diese Symptome dann zum Beispiel Hympathitis und es ist nicht lustig und schon gar nicht denn unsere größte Entgiftungsfabrik im Körper unordnet also von daher Heilung ist nicht lustig und auch Entgiftung ist nicht lustig und wenn wir Stoffe nehmen die sozusagen die Entgiftung ein bisschen antreiben dann sind die natürlich schlecht weil die machen Symptome sie sorgen dafür dass Dinge wieder regenerieren können also der Weg der Heilung ist nicht lustig deshalb sind bei vielen Krankheiten genau die Dinge die heilen würden sozusagen ganz stark verrufen weil die Regenerationssymptome als Krankheit gedeutet werden also typisch ist auch bei Multiple Sklerose dass der Johanniskraut sozusagen auf der roten Liste steht ja es würde sozusagen in die Regeneration führen und da wird es dann ein Schub genannt mit Entzündungen weil nicht begriffen wird dass genau diese Phase notwendig ist damit der Körper durchgeht durchs Tal und wirklich in die Heilung gehen kann deshalb Entgiftung ist nichts für da muss man genau austarieren und genau gucken und auf seinen Körper achten ein Gefühl bekommen wie komme ich sozusagen langsam da raus wenn ich erstmal unten bin und da helfen dann halt auch keine großen Exerzitien sondern eher langsam, sachte in aller Ruhe in den Frieden und in die Ruhe kommen Aber dann werden fast ein Rohren auch nicht gut, ne? Ich würde sie nicht machen also von daher es gibt einige Dinge wenn man im Darmbereich hat wenn das sozusagen sich im Teufelskreis festfährt dann ist mal eine Fastenkur gut damit man merkt, sein Körper funktioniert noch und hat nicht bloß Blähungen und Schmerzen da könnte es sozusagen mal so ein Reset-Schalter sein aber ich würde immer eher auf die Ursache gucken und sanfter vorwärts vorgehen aber das muss jeder für sich entscheiden ob er es mal Lust hat zu erleben oder nicht meinst du es nicht? ne von daher, es gibt ein Reset das ist wenn man die Reset-Taste drückt man hat dann eine ganz starke Entgiftung auf einmal und deshalb sollte man Fasten auch nicht machen ohne fachkundige Begleitung und ohne Auffangen der ganzen Entgiftungssymptome die dort kommen da können die Schlüsselsalzen hervorragend unterstützen aber da ist eine fachkundige Begleitung die sich mit sowas auskennt die halt öfter so eine Exerzitien veranstaltet hilfreich ja, das Natron was man trinkt neutralisiert die Magensäure aber der Magen möchte ein saures Milieu haben damit es sozusagen die Stoffe verstoffwechseln kann und folglich tut der Magen per Reflex wieder dafür sorgen dass noch mehr Magensäure produziert wird was ist denn nicht ab dem normalen Niveau wieder? weil es quasi das Natron erst gesenkt wurde und der Magen dann das wieder erfüllt? ne, wenn sozusagen im Körper selbst eher ein Säuremangel besteht tut der Magen sozusagen überreflektiv reagieren von daher, deshalb ist es dort dann besser auf die Schüsselsalze zu gehen also zum Beispiel auf Nummer 30 ne 23 Natrium Bicarbonicum man kann ja auch Fußbäder machen ja, Fußbäder schritten oder Feuerwehr man muss halt vorsichtig sein es gibt eine Theorie, dass das Natronwasser durch irgendeine Magenfalte durchläuft und den Magen gar nicht basisch macht also die Biochemie sozusagen sagt was anderes das was ich gerade erzähle, habe ich frisch aus dem meinem Biochemiebuch ja, glaube ich dir gerne feuchtiger das große Kompetenz die hat jetzt seit heute vier Monaten mal eine Pause gemacht um es einfach mal auszuprobieren so ist es einfach wichtig, wenn man relativ viel Natrium-Bicarbonat nimmt und auch andere basische Mineralstoffe dass man dann den Gehabe des Magenflugins misst damit man da nicht zu viel von hinzurechnen ne ist klar, also von daher man muss sozusagen gucken solange man es sozusagen in in Vollpotenz nimmt also als Mineralstoff selbst hat man die Probleme mit den Mineralstoffen also von daher, die Schüsselersalze haben ja den Vorteil die gehen nur als Funktionsmittel rein wenn wir auf der Makroebene Mineralstoffe nehmen müssen wir immer aufpassen die tun sich gegenseitig beeinflussen also Zing, Kupfer und Eisen das Gleichgewicht ist sozusagen da sehr fragil deshalb ist es günstiger zu sagen ich nehme die Schüsselersalze und ernähre mich dazu ausgewogen und gucke was mein Körper sonst noch fordert Sie können häufig auch am Geruch erkennen ob die Entgiftung eines Menschen funktioniert wenn der Körper mit Säure überlastet ist dann riecht häufig auch der Schweiß sauer oder wenn die harnpflichtigen Substanzen nicht über die Nieren ausgeschieden werden können dann riecht der Mensch nach Urin auch wenn er nicht in die Hosen gemacht hat das hat man ja manchmal so bei älteren Leuten sozusagen das zeigt an, dass da die Niere zu ist oder besser gesagt in Überfunktion funktioniert und alles zurückhält auch die harnpflichtigen Substanzen dann schiebt halt das Blut die Giftstoffe, die es halt nicht proffern kann ins Bindegewebe und von dort werden sie halt teilweise über die Haut ausgeschieden das heißt, die Haut ist auch ein großes Entgiftungsorgan deshalb ist es halt gut, immer mal in die Sonne zu liegen und die Schweißfüße sind dann auch so gesagt ja ist klar, also von daher die städigen Füße aber wenn es bloß die Füße sind dann muss man eher noch nach dem Modell der 5 biologischen Naturgesetze gucken und da mal gucken, in welchen Situationen, aus welchen Situationen möchte der Mensch herauskommen dass er dann sozusagen mit den Füßen in irgendwas drin steht wo er am liebsten raus will wo halt die Schweißbildung aus dem Grund passiert, dass man daraus flutschen möchte ich habe Jahre Schweißfüße gehabt von daher, also wenn die Schuhe den Füßen nicht so passen man sagt, das haben mehr Männer, Frauen nicht ich habe immer geerbt, muss ich leider sagen ja, kann man das erbten ja leider man kann es so zu sagen es ist immer die Frage, wie die Vererbung funktioniert sie funktioniert nur darüber, dass wir es mitnehmen also von daher, wenn es danach geht, habe ich auch ganz gut geerbt aber das heißt einfach nur, dass ich doch genau so hände das habe ich glaube, das hat es beim letztes Mal erzählt wenn wir sozusagen geboren werden kommen ja die Energiefelder von Mama und Papa zusammen und bilden sozusagen einen Teil unseres Energiefelder das kommt mit in unser Energiefeld rein und damit haben wir durch das Energiefeld schon die Schalter sozusagen gedrückt die Mama und Papa auch hatten vorprogrammiert ja ist klar, aber man kann die ausschalten das ist eines der man kann gucken, woran liegt es und dann herauszufinden, wie hat Papa so funktioniert und was mache ich noch genauso wie Papa gemacht die Mineralstoffe, die die Ausscheidung der Harnsäuren unterstützen sind zum Beispiel halt Nummer 9 Natriumphosphoricum und dann natürlich am besten kombiniert mit Nummer 11 Silicea um halt die Richtung vorzugeben und dann natürlich Nummer 10, was wir schon hatten Natriumphosphoricum und die Nummer 10 ist halt ganz besonders wichtig um Schwellungen, die während der Regenerationsprozesse auftreten um halt die Mineralien besser zu den Geweben zu bringen und die Giftstoffe zu lösen, um die auszuscheiden und abzubauen diese Nummer 10 ist ganz besonders halt bei den Themen Kontrolle und freier Fluss angezeigt also das Leben unter Kontrolle haben und das sollte natürlich, wenn wir von Fastenkuren vorhin gesprochen haben auf jeden Fall bei Fastenkuren nicht vergessen werden damit die durch die Fastenkur gelösten Giftstoffe dann auch ausgeschieden werden das sollte nicht automatisch ausgeschieden werden man braucht Transporter man braucht die Transportstoffe, damit die ausgeschieden werden das ist bei sogar noch schlimmer teilweise es ist nämlich zu beachten, dass bei einem Mangel an diesem Nummer 10 also an Natrium-Sulfuricum die Schadstoffe über den Dickdarm nicht ausgeschieden werden können es wird halt in der Biochemie behauptet, dass sich dadurch der Dickdarm entzünden kann und es zu einer Colitis kommt inwieweit dies mit dem Modell der für biologische Naturgesetze zusammenpasst was ja behauptet, dass das Thema für den Darm ja so die Ausscheidung ist konnte ich halt noch nicht prüfen aber dort gehen wir halt davon aus, dass der Darm perfekt für die Aufnahme der Nährstoffe und die Ausscheidung der Schlacken funktioniert das heißt es kommt zu Prozessen im Darm, wenn der Mensch irgendwelchen Scheiß in seinem Leben hat den er nicht loslassen kann oder will umso höher im Darm das Problem liegt umso mehr ist in diesem Thema noch so eine Nuance drin da ist noch etwas lebensnotwendiges dran, das kann ich nicht loslassen eigentlich ist es scheiße, ich will ihn loslassen, aber da ist noch etwas lebensnotwendiges drin sozusagen so die Erbschaft von der Tante oder so und man kann sie nicht ausstehen, das ist so ein typisches Thema für den Darm diese Themen sozusagen sind so die die Themen der entodermalen Anteile des Darms, also der unteren Teile im Zwölffingerdarm gibt es halt auch noch ektodermale Schleimhaut, die dort oben drüber liegt genauso wie halt in der kleinen Kurvatur des Magens, den Lebergallengängen und den Ausführungsgängen der Bauchspeichelgrüße und diese reagieren auf die verschiedenen Nuancen von Ärger, Ungerechtigkeit und Wut das sind die Ärgerschalter, die im Gehirn dann angehen weil die müssen an sein, damit wir uns ärgern können ohne Ärgerschalter wäre unser Gehirn unfähig sich zu ärgern und natürlich wirkt sich das ungünstig aufs innere Milieu aus Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass früher die Indianer eine Friedenspfeife miteinander geraucht haben, um den Ärger zu besänftigen? Ist es da nicht auffallend, dass heute, wo wir so viele Jahre hier so im scheinbaren Frieden leben, so viele Menschen rauben? Ist es vielleicht notwendig, damit diese ihren Ärger unter Kontrolle behalten? Auch wenn sie wissen, dass sie ihren Körper dann mit Cadmium belasten, auch einem Schwermetall und halt ihre Lunge ärgern? Das ist alles Ding Von daher So müssen wir wieder Pfeife haben Nö, wir können einfach nur sagen, okay, der Mensch hat scheinbar Ärger, den er damit unter Kontrolle hält besser er raucht, als wenn er den Ärger sozusagen mit dem Messer ausheben würde Kann man ja auch so sehen Also von daher Wir werden nur begrenzt durch unsere Gedanken Wenn dieses Ungerechtigkeitsgefühl halt, das führt irgendwann sozusagen zu einer Erstarrung, die halt dann auch schwer durchbrochen werden kann bei diesen Menschen Und dann empfiehlt man zum Beispiel in der Biochemie Nummer 16 Lithiumchloratum Und das bringt sozusagen das System wieder ein bisschen in Fluss Und wenn durch viele Verletzungen der Kontakt zur Welt gestört ist Und der Menschheit Schwierigkeiten hat, in seinen Frieden mit sich und der Welt zu kommen Sollte auch immer halt noch an Nummer 13, an Kalium, Asyl, Denikosum gedacht werden Denn der Frieden mit der Welt, so wie sie ist, führt dazu, dass wir uns nicht weiter vergiften Und der Körper sich Stück für Stück sein früheres Leben wiederholt Dieser innere Frieden, also diese Zufriedenheit in allen Lebensbereichen, kann gemessen werden Die können wir fühlen Und sie ist eine ideale Effektivitätskontrolle bei einem ganz persönlichen Weg zur Gesundheit Deshalb ist es halt bei mir halt auch ein wichtiges Kriterium in der Begleitung Denn Heilung ist nicht lustig und es wird sozusagen Tiefphasen gehen Wenn man nicht merkt, dass der Zufriedenheitslevel in irgendeinem der Lebensbereiche steigt Dann weiß man, man sollte auf seinem Weg zur Gesundheit mal gucken, ob es nicht noch was anderes gibt Denn nichts ist so unbefriedigend, wie wenn wir viel Geld dafür ausgeben und wir uns hinterher nicht besser fühlen Genau Das ist das, was ich erst mal so erzähle und jetzt erbrauchen viele Fragen Welche der 300-Frage? Das sind Bakterien und Viren, man hat ja heute auch mal mithilfe Bakterien und Viren, genau Die Bakterien hatte ich ja schon Das war ja unser Körper ohne Bakterien Ja Nach den Modellen der 5 biologischen Naturgesetze Da wurde festgestellt, dass alles, was wir so als Infektion bezeichnen in der normalen Medizin Also immer wo wir glauben, da sind jetzt Bakterien, haben uns überfallen oder Viren sind gerade über uns her Dass die Phasen immer nur Regenerationsphasen sind Das heißt, es sind die Phasen, in denen unser Körper sich wieder aufräumt nach einer langen Stressphase Kann man einfach sagen Und In der Dunkelfeldmikroskopie wurde halt auch beobachtet, dass der Körper sich seine Bakterien selbst baut Die kommen gar nicht von irgendwo, sondern man konnte da genau beobachten, wie die sich entwickelt haben im Laufe der Konfliktaktivität Also wenn das System sozusagen allmählich kippt Von daher, er baut sich Die Helfer, die er nachher in der Regeneration baut Braucht, baut er sich selbst auf Und gerade, wenn wir halt im entodermalen Bereich, also die Teile, die durch unser Stammhund gesteuert werden Also die eher acharischen Teile Dort haben wir ja, wenn wir konfliktaktiv sind, sehen wir eine Zellvermehrung Da sind so die typischen Darmkrebse und Lungenkrebse und welche Krebse wir da noch alle haben Also wo wir Zellvermehrung haben, wo wir richtige Zellvermehrung haben Dort werden halt Mycobakterien in dieser konfliktaktiven Phase aufgebaut, die erst überhaupt nicht Symptomhaft werden, sondern erst in der Regeneration werden sie auf einmal tätig Und bauen dieses Gewebe dann nachher durch Verkäsung wieder ab Das sieht man hervorragend bei der Tuberkulose Tuberkulose ist ja, ich hatte vorher Todesangst Das war ja auch so nach dem Zweiten Weltkrieg Ich hatte eine lange Zeit von Todesangst, so im Zweiten Weltkrieg haben viele Menschen Todesangst Und als sie sich gelöst hat, als dann Frieden war, haben viele eine Tuberkulose gekriegt Das heißt, dieser Mehraufbau an Lungengewebe, was passiert ist während der Todesangst, hat sich dann abgebaut Und wenn sozusagen diese Mycobakterien da waren, dann hat es sich auch abgebaut Dann war nachher vielleicht eine Kaverne oder irgendwas, aber die haben sich abgebaut Und wenn diese Mycobakterien nicht da sind, dann verkapselt der Körper das einfach Dann kann er es nicht abbauen Aber der Körper tut sich diejenigen Helfer schon heranziehen, die er nachher braucht Und dann ist ein Schnupfen soll ja noch nicht sein in der Kälte Was ist ein Schnupfen oder eine Erkältung? Also es gibt so die Zeiten, wo diese Nase ganz doll läuft Dann freue ich mich immer, weil ich weiß, ach, das ist sozusagen Die Epikrise ist vorbei, wir sind gleich durch Schüssel Nummer 8 nehmen, damit das sozusagen schneller weg geht Und ich bin, ist vorbei Der Körper reinigt sich Ein Schnupfen dauert sieben Tage, aber die Reinigung des Körpers kann schon morgen vorbei sein Ich hatte ja zwei Tage für Ostern, wie auf Kommando, zwei Tage lang weg Genau, also von daher, wenn wirklich dieser Vlies-Schnupfen ist, dann ist auf jeden Fall hervorragend Das sind so Hühnersuppe und so, die dann sehr salzig sind, auch gut In diesem Fall Genau, und wenn wir so Pilze haben, es gibt ja immer viele, die dann sagen, Pilze im Darm und die sind dann außer Balance Dann kann man so gucken, wofür nutzen wir eigentlich Pilze Und Heilpilze werden genutzt, zum Beispiel zur Sperrmetallentwicklung Das heißt, Pilze braucht unser Körper, wenn wir ganz viele Sperrmetalle haben Das heißt, wenn wir Pilze im Darm haben, wissen wir, wir sammeln Sperrmetalle und wollen ein bisschen schwerer werden Und dann Kampfszenarien gegen die Pilze im Darm zu unternehmen Und ihnen dann noch mehr Chemikalien rein zu holen, weiß nicht Wäre jetzt nicht so meine Vorgehensweise Ich würde dann eher gucken, wo kommen denn die Sperrmetalle her Und wie füllen wir das ganz sanft wieder raus Und wollen wir das denn raus haben Und wollen wir auch ein bisschen schwerer werden Ich höre immer nur seit 20 Jahren, ich habe Darm Pilze angeblich, weil ich wegen Zucker, weil ich jeden Tag Kuchen und Schokolade esse Dann ist aber eher das Spannende, warum essen Sie Kuchen? Ja, weil das eine Sucht ist Weil wir gerne das nachmittags brauchen Ja, Ihr Körper sagt sozusagen, ich brauche mehr Zucker Ja, alles was gut schmeckt Ja, ist klar, aber die spannende Frage ist, warum sagt Ihr Körper das? Und da ist das, was wir vorhin Ich möchte mich belohnen Genau Und mit was könnten Sie sich sonst noch belohnen, außer mit Zucker? Ja, mit ein paar Streicheleinheiten mal Und dann ist aber auch nicht spannend, was ist in dem Moment, sondern was ist vorher passiert? Warum meinen Sie genau in dem Moment, sich belohnen zu müssen? Das Spannende passiert immer vorher Vorher, wenn wir gar nichts haben, wenn wir kein Symptom haben, dann passieren die spannenden Teile, wo man ändern kann Aber das braucht halt Bewusstwerdung der Phasen, in denen man sich gut fühlt Schön Weil aufbauten wir unsere Vergiftung dann, wenn wir uns gut fühlen So wie ich so nach dem Motto mit meinem Rumdenken Ich weiß, es macht Schwerbentülle, aber es macht wesentlich Spaß Und das ist sozusagen der Zuckerspiegel, was wir vorhin schon hatten Der ist dann halt aus dem Gleichgewicht, wenn der Körper mehr Zucker zieht, als er eigentlich braucht Schokolade soll ja so viel Aluminium enthalten Hier habe ich nur die Antwort gelesen Das ist das Einwickelpapier Also das, was ich weiß, ist, dass wenn der Körper ganz stark nach Schokolade hiepert Also nicht nach Bonze, sondern nach Schokolade Dann sollte man mal nach Magnesium gucken Nach Magnesium Genau, also von daher Von daher, wenn ich gerade mal einen gesunden Tag habe, gucke ich mal dann, dass ich Nummer 7 nehme Wenn ich meinen Genießertag habe, gehe ich zur Schokolade Gibt es auch Schützler-Salze gegen Walden, die Vertikel entzünden sich immer ab und zu, schon seit 100 Jahren? Dann würde ich eher gucken, was ist sozusagen an Scheiß in Ihrem Leben los, der nicht los war Achso Was für Scheißes in Ihrem Leben Das werde ich doch los jeden Tag Aber bleibt immer noch was hängen, ne? Der Körper funktioniert anders als der Verstand Der Körper funktioniert nicht so viel, wie der Verstand es gerne möchte Der funktioniert sozusagen nach Körperprinzipien, nach Biologie Und die Biologie des Darms heißt, scheiß raus Und wenn da sozusagen ganz viel Scheiß ist, den man nicht loslassen will, weil man sagt Ja, aber man muss ja das so machen, oder ich muss mich ja so verhalten, oder Nee, das darf ich ja nicht sagen, weil das muss ja so sein Aber man fühlt sozusagen, dass da Scheiß irgendwo ist Dann kommen und die Vertikel heißt da, das ist schon altes Thema und das läuft immer und immer und immer und immer wieder Das ist sozusagen etwas, was beständig läuft Immer an und aus und aus Kann ich gar nicht loswerden Doch Mal gucken, was da sozusagen ein Scheiß ist und mal gucken, eine andere Sichtweise vielleicht finden Von daher, aber das sind so die Themen, wo man dann mal gucken kann, was ist im Leben Also in welchem Lebensbereich fühlen Sie sich nicht vollkommen zufrieden? Nicht vollkommen zufrieden und dankbar, sondern so Ich will eigentlich nicht, aber das Leben muss ja weitergehen Sind die jetzt schon seit 40 Jahren Die meisten unserer Themen tragen wir sozusagen in unser Leben dann mit Das sind sozusagen, was wir vorhin haben, das habe ich dann geerbt Von daher, das sind sozusagen so Schematas, die sind so fest in unserem Gehirn drin eingespeichert, die kriegen sie gar nicht mehr mit Das ist ja völlig normal, Mama und Papa waren schon genauso und ich bin jetzt immer noch genauso Also von daher, man hat sozusagen nichts anderes Und da kann man dann auch gerne gucken, was stört mich an anderen Ich nutze dann gerne den Spiegeleffekt und gucke, was stört mich an anderen und da weiß ich, oh, da ist bei mir ein Thema, was ich nicht sehe Weil das, was mich am anderen stört, das muss in mir so Das ist manchmal ein bisschen garstig, bis ich weiß, ich weiß Ja, aber ist ja so Wir sind ja immer in den Spiegel, das andere Nee, ist klar, aber man kann diese Spiegel sozusagen nutzen oder man kann sie über die Spiegel ärgern Man kann sich auch über sich ärgern, dass man sozusagen so glücklich ist Aber wir sind alle Menschen Wir haben alle unsere Themen und wir haben alle unsere Ecken, die wir hunderte Male gegenwürfen Das gehört scheinbar zum Menschsein dazu Von daher, man kann sich darüber ärgern, dass man Mensch ist Ja, man kann sich freuen darüber Genau, also von daher Könnte man auch Es gibt sogar ganz viele faszinierende Dinge an unserem Körper zu entdecken Man trägt es doch, wenn man sich ärgert, das uns freuen zu verwenden und zu sagen Ich freu mich jetzt, ich freu mich jetzt, das glaubt mir doch eh keiner Es ist ja unwesentlich, ob es Ihnen einer glaubt, wichtig ist, glaubt man sich Das glaubst du ja selber nicht Ich freu mich jetzt, ich freu mich jetzt Nee, ich würde eher in den Ärger hineintauchen und würde sagen Wenn ich Ärger habe, weiß ich, die Ärgerscheiter sind an Und vor sich weiß ich, der andere muss entweder mein Revier verletzt haben oder meine Identität Und dann kann ich überlegen, wenn ich sozusagen die typische offene Zahnpastatube habe Wie schafft es diese offene Zahnpastatube, mein Revier oder meine Identität zu verletzen? Das ist ja nur eine offene Zahnpastatube Wieso ärgere ich mich? Also es muss ja irgendwas verletzt sein Da kommt dann meist sowas raus Meine Identität als Hausfrau oder dass es Geld kostet, dass die Zahnpaste eintrocknet Also nicht achtsam sein Oder nicht achtsam sein Also von daher sind sozusagen innere Werte, die man behauptet, dass jeder seine Identität Die werden sozusagen dort angewitzelt Weil der andere etwas anderes lebt als man selbst Da verzeichnet man bedingungslose Liebe heilt Und nicht bedingungslos akzeptieren, dass es keine Gerechtigkeit gibt Dass es nicht Gut und Böse gibt Sondern dass es nur die Welt der unendlichen Möglichkeiten gibt Und ich wähle halt das Und wenn der andere das wählt, ist es sein Tisch, nicht mein Tisch Von daher ist es nur dann mein Tisch, wenn ich mich darüber ärgere Das ist immer noch mein Tisch, würde ich sagen Gibt es noch gegen hohen Cholesterinspiegel was mit Schüsseler-Salzen? Einer soll über 380 sein Kann man da was nehmen? Bestimmt Früher schon im Verein war da mal Cholesterin Bei irgendwelchen Blutwerten, die man misst, ist immer genau zu gucken Was ist eigentlich los? Und wenn man weiß, was los ist, findet man auch das, was man tun kann Das ist ja nur ein hoher Wert Und das ist noch dazu ein Wert, den sie nicht selbst mal eben messen können Mit dem Süßen zusammen Das kann ganz viel zusammenhängen Aber man muss genau gucken, was ist dort los Ist es halt immer, wenn gemessen wird? Das ist 20 Jahre Dann eher Aber dann war der L auch, beides Ist klar, aber da muss man erstmal genau auseinander nehmen und die Ursache Das soll schon bis zum Lebensang der Cholesterin sein, glaube ich Würde ich nicht nehmen Aber ich hätte halt Lust nach der Ursache Und dann kann man auch was finden, was dann ist Aber man muss einmal runter gucken auf die Ursache Was ist da los und warum kommt der Körper auf die Idee, so viel Cholesterin haben zu wollen Weil Cholesterin ist ja eigentlich ein hervorragendes Mittel, um Zellen zu bauen Um Zellwände zu bauen Und der soll doch heute sogar im Alter höher sein als früher Die haben das ja jetzt anders wieder Die Pharmaindustrie setzt das immer so, je nachdem wie viele Tabletten sie verkaufen will Von daher, es gibt Theorien und es gibt Statistiken Aber ich bin Diplomathematiker Meiner hat das neulich mal untersucht, bei mir ist es genbedingt Da kann ich jetzt noch so viel Man kann immer was tun, weil die Gene Ja gut, das ist klar Die Gene reagieren auch nicht Aber es hilft keiner Ernährung, hat er gesagt Eine Ernährungsumstellung Hilft nichts, weil das genbedingt ist Man muss gucken, warum geht das Gen an Weil das ist meist nicht das Gen Sondern das wie an diesem Gen das Eiweiß gebildet wird Und da gibt es eh die Genetik, die sagt Ändern wir die Umwelt Aber wie tief ändert man das raus? Von daher ist einer meiner Spezialitäten zu gucken, was er ist Ursachen soeres Meilen steckt Immer tiefer zu gucken und den Menschen dahin zu führen, dass er immer zufriedener wird mit seinem Leben Und dann löst sich das von allein irgendwann Also von daher, dass man immer zufriedener wird mit seinem Leben In allen Lebensbereichen Guckt Stück für Stück für Stück Und da zu gucken und dann herauszufinden, was man alles tun kann, wo man versuchen kann Da verdiene ich dann Geld, das macht Spaß Von daher, verstehen wollte ich halt mein Stück Ich weiß nicht, es wird gebraucht In den Körperkreislauf rein zu pushen, wenn man nicht verstanden hat, wo die Ursache liegt Ist halt nicht so meins Ich muss die Ursache sehen Und dann halt wirklich immer tiefer gehen Also wenn ich die wirkliche untere tiefe Ursache gefunden habe, dann ist es nur ein Schalter, den man schalten muss Und dann geht das Gen wieder an Aber diesen Schalter zu finden, da muss man sich durch Zwiebelschichten schälen Weil unser Körper hat hervorragende Sicherheitsmechanismen, dass man nicht da rangehen will Da unten sind Traumata drin Da ist sozusagen was drin, was wir nicht sehen wollen, wo man nicht hingucken wohnt Das ist nicht so bei Eben und Friede, Freude, Eierkuchen und irgendwie machen Einmal zaubern und alles vorbei Das ist immer so der Traum Einmal Hand auflegen und schon sind alles Probleme gewesen Aber Patient heißt nicht umsonst geduldig sein Irgendwo hat man gestanden, der Körper produziert so viel Cholesterin, wie er gerade braucht Ja, das würde ich auch machen Wenn so viel Cholesterin unterwegs ist, muss das einen Grund haben Und der Körper muss ein Meinem braucht das Aber das ist ja kein Grund zum Sterben Er hat zu mir gesagt, wenn ich keine Statine nehme, dann kriege ich demnächst einen Herzunfall Na, einen Schlaganfall Soll Von daher Ich wusste ja auch nicht, was ich sage, aber ich nehme sie natürlich nicht Na, ist klar, das Problem ist, da die Ärzte nur Statistiken haben Auf denen sie basieren Sie können es nicht vorhersagen Sie sehen, laut Statistiken ist dort ein Risiko Sie haben großes Risiko dann Genau, also von daher, sie haben nur Statistiken und sie sehen nur Risikos Sie können nicht auf die Ursache gucken, weil sie haben auch nicht die Zeit dazu Weil der normale Hausarzt, der mit der Praxis voller Menschen sozusagen maximal fünf Minuten hat, damit er die überhaupt durchbekommt Der schafft es nicht, sich mit ihnen zu unterhalten, wo in ihrem Leben es gerade hängt und wo sie noch zufriedener leben können Also von daher, das kriegt er nicht hin Von daher, er kann sozusagen gucken, für diejenigen, die mal eben sagen Ich war schon ein Spezialist, war ja nicht mein Hauptsatz Also, aber... Ne, ist klar, aber Sie haben in Ihrem Denkmodell nichts, was Ihnen die Ursache sagt Sie haben nur Statistiken und Risikoprofen Ja, und durch so eine Diagnose wird man ja auch hier programmiert im Kopf und dann gibt diese selbsterfüllende Prophezeiung und dann erfüllt man die Statistik, indem man den tatsächlichen Schlagerfall kriegt Weil man das immer im Kopf hat Ne, ist klar, aber von daher, es kann sein, die Frage ist dann immer... Sie sagt ja niemand, 100 Jahre nehme ich keine Sertini und habe immer einen Hohen gedruckt Der kommt ja und sagt... Nesla, also er hat gerade eine neue Statistik gelesen Finde ich nicht, fand ich nicht so schön Nesla, aber... Und unterbrochen denke ich da jetzt drüber nach, ich nehme aber trotzdem keine Sertini, ich will keine Ne, ne, aber Sie brauchen auch nicht drüber nachdenken, weil... Ne, das muss ich abschalten und versuchen Das, was ganz sicher ist, das was Sie seit Ihrer Geburt wissen, ist, dass Sie sterben werden müssen Von daher... Aber zwischen der Geburt und diesem Tag des Todes, gibt es ganz viele Tage, ja, da können Sie Leben Das Leben genießen, zufrieden sein Ja, genau Von daher... Man hat so ein Herzerschlag, das ist doch eigentlich eine Heilungskrise, wenn man die Heilungskrise rechtzeitig erkennt und weiß, was man tun muss, um sie überleben zu können Sie hat es gerade mit einem Schlaganfall und wahrscheinlich denkt er, da kommen dann irgendwelche Bröckchen, die dann verstopfen Ja, ne, 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 man kann ganz viele Krisen haben, aber von daher, es kann tödlich sein, klar Aber... Es kann so viel tödlich sein Sind Sie heute mit der Bahn gefahren? Mhm Die hätte umketten können Von daher... Aber wir machen es trotzdem Von daher, es gibt Leute, die gehen in diese komischen Karussells hier auf den Boden Oder lassen sich irgendwo per Bange springen und irgendwo runterspringen Ja, gut Also von daher... Die gehen dann das einfach ein, die haben es ja durchgeführt Aber... Sie sind vollkommen mutig, dass Sie sozusagen hier auf der Erde sind, um zu leben, in diesem Körper Das erfordert Mut Sich dem auszusetzen Uns bleibt ja nichts anderes übrig Na doch, Sie haben sich oben freiwillig entschieden und haben gesagt Ich will in den Körper, ich will nie auf die Erde, ich will Erfahrung machen Dass Sie das jetzt vergessen haben Und vergessen haben, dass Sie da gesagt haben, ich habe da Lust drauf Und ich will das und das und das in meinem Leben lösen Und dann gibt es halt solche, die den Rand nicht voll kriegen, die besonders viel sich auf die Schultern nahmen Naja, das gehört halt zum Leben dazu Und die Engel, sagt man immer, wenn die dann unmöglich existieren, die sollen dann sozusagen stolz auf unseren Mut sein Das unterstützt uns da auch Man kann das glauben und das glauben Von daher, Hauptsache man fühlt sich glücklich und zufrieden auf die Erde Und es begrenzt nur unser Denken Und so eine Diagnose, das ist klar, das ist wie eine Hypnoseglocke, die ein Übelstück wird Ich bin einmal behügelt Das ist bei allen Krankheitsdiagnosen Das ist vollkommen egal, da kommt eine Angstglocke über uns rüber Und da hilft nur Licht hinzumachen und zu gucken Was ist eigentlich Schlaganfall? Wann tut das Blut verklumpen? Was kann ich dagegen tun? Also von daher... Succine, hat er gesagt Ätherische Öle kann man auch nehmen Also von daher... Und Schüssel Salze hilft ihm auch Von daher, es gibt ganz viele Sachen, die helfen, dass das Blut sozusagen schön fließt, wie ich will Also von daher, da gibt es ganz klöge Symptome Dass man nichts tun kann, das gibt es kaum Okay, weitere Fragen Ich hätte nur mal gern gewusst, wenn das Systemspiegel zu hoch ist, ist das auch gefährlich? Das ist auch nur ein Symptom, wie von einem anderen Von daher, man muss immer gucken, was ist los Also von daher, man kann vor jedem Angst haben Aber... Es ist ein Zeichen für irgendwas, wenn der sozusagen höher als normal ist Aber... Da hilft nichts als hingucken Und gerade bei diesem Blut werden ist immer das Gefährliche Man kann sie eben nicht selbst messen Man fühlt sich krank, obwohl man eigentlich gar nichts hat Bloß weil jemand gesagt hat, der Blut wird sieht scheiße aus Das ist sozusagen das Gefährliche an diesen Teilen Deshalb gibt es bei mir mein Skio auch erst meist in der dritten, fünften Sitzung erst Wenn wir sozusagen schon vor und weg gemacht haben Wir müssen wieder lernen zu fühlen, dass wir uns gut fühlen Wenn wir merken, dass wir zufrieden sind, dass wir glücklich sind Und dass wir die scheiß Glückwerte meinen nur sind Na klar, von daher, was ist halt wichtiger? Dass wir die Norm erfüllen oder dass wir glücklich und zufrieden in unserem Leben sind Wenn wir sozusagen 80 Jahre vollkommen glücklich und zufrieden leben Ist doch besser, als wenn wir sagen, wir könnten ja 90 Jahre alt werden, wenn wir uns bemühen, die Normwerte zu erfüllen und uns dabei scheiße fühlen Von daher Ja, das Problem ist meistens, wenn man jemanden hat, der dort hinkommt und nicht freiwillig dort ist Da sind die Nierensammelrohre aktiv Weil der fühlt sich nicht geborgen und zu Hause Wenn er glaubt, er ist dahin abgeschoben worden Aber es gibt halt auch viele, die sich dort richtig gut und geborgen und zufrieden fühlen Und denen geht es richtig gut Von daher, man kann sich das ja in Ruhe aussuchen Man kann sich das ja, solange man noch fit drauf ist, schon mal hingehen und gucken Wie sieht es aus? Wie möchte ich mein Alter, falls das dann irgendwann sein soll, verbringen? Und von daher, ich habe gerade jemanden schwärmen gehört, sozusagen, von einem uns zu helfen Also von daher, es gibt halt diese und diese, wie immer Und diese, es gibt nicht schwarz-weiß, sondern die Welt ist bunt Das war sehr schön Danke schön Danke schön